Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum siebten Video zum Thema Sexpack in Kooperation mit Tourmata.com. Das ist das tolle Equipment, mit dem ich arbeite, zum Beispiel die Parallels und die tolle Matte, auf der ich sitze. Wenn ihr Interesse an dem Equipment habt, klickt auf den Link unter dem Video, da kommt ihr zum Tourmata.com Shop. Die heutige Übung heißt Parallelschere und ich zeige euch die zwei Schwierigkeitsstufen. So sieht es aus. Ihr startet in der Rückenlage, zieht den Bauch ein und zieht beide Knie zur Bruch. Hebe den Oberkörper an und leg deine Hände hinter deinen Kopf. Dann streck deine Beine aus. Je tiefer die Beine zum Boden gehen, umso schwerer wird. Jetzt fängst du an, die Beine wie eine Schere übereinander zu kreuzen. Versuch den restlichen Körper so ruhig wie möglich dabei zu halten. Denk immer wieder dran, deine Schultern aus der Matte herauszuheben. Schwerer wird die Übung, wenn du die Arme lang nach hinten neben deine Ohren ausstreckst. Auch hier möchtest du versuchen, deine Schultern aus der Matte herauszuheben und den Bauch möglichst flach zu halten. Die Wiederholungszahl ist je nach Trainingstand. 3x10, 3x20, 3x30 und so weiter. Jede Variation. Die Videos findet ihr auf YouTube, Instagram und Facebook. Wie immer. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und viel Erfolg für den 6-Part. Euer Slap. Deshalb noch ein paar Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.